hallo und herzlich willkommen zurück heute gibt es zwei booster der aktuellen magic technologische serie und ich würde sagen wir fangen einfach mal wieder direkt an was haben wir denn da so drin so engels dann vitolo bella rabbi raffael philipp lahm und das duo von arsenal monreal und hektor bellerin so weiter booster für heute da haben wir drin gray dann özil batra davis busquets und noch mal ein man of the match von jamie vardy von laychester city so ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja dann lasst einen daumen nach oben da und ich würde sagen bis zum nächsten mal ciao